So, hier kommt mein persönliches Feedback-Video zu meiner Erfahrung mit dem kostenlosen Test des 9010 Medbettes. Ich habe das Medbett also installiert am Tag und habe es dann am Abend über Nacht die 8 Stunden genutzt und die meiste Zeit natürlich geschlafen. Bevor ich eingeschlafen bin, habe ich geschaut, was ich wahrnehmen kann, was ich spüre. Ich habe alles mit einbezogen, ich habe den Körper scannen lassen und habe unter anderem eben auch darum gebeten, dass alte Traumata, die mich jetzt aktuell noch beeinflussen oder behindern, mit bearbeitet und aufgelöst werden. Und das war auch der Punkt, wo ich persönlich am meisten gespürt habe. Ich habe am Körper leichte Effekte wahrgenommen, mal ein bisschen drücken auf der Brust, aber nichts wirklich ganz speziell Besonderes. Ich habe aber in dem Moment, wo ich darum gebeten habe, dass gewisse Traumata aus der Vergangenheit, egal aus welcher oder egal aus welchem Leben oder wie lange es zurückliegt, bearbeitet werden. In dem Moment wurde mir schwindlig, hat sich alles so ein bisschen gedreht. Das fand ich persönlich doch ziemlich beeindruckend. Und das war, wie gesagt, auch mein größter Effekt, den ich feststellen konnte. Ich bin dann eben in den Schlaf gegangen und habe darum gebeten, dass alles weiter bearbeitet wird über die vollen acht Stunden. Und habe auch festgestellt, dass ich gefühlt nicht geträumt habe oder ich konnte mich an nichts erinnern, obwohl ich intensiv träume in den letzten Wochen vor allem. Und in dieser einen Nacht, das ist wirklich die einzige geblieben, konnte ich mich an keinen Traum erinnern. Auch das fand ich sehr bemerkenswert. Ja, das sind jetzt so die Dinge, die ich erst mal berichten kann zu meiner persönlichen Erfahrung oder meiner persönlichen Nacht mit dem Mietbett.